Der Kurs heißt Aqua Jumping. Er ist erstmals dieses Jahr im Maximare auf dem Programm. Die Jumper gibt es überhaupt erst seit drei, vier Monaten auf dem Markt. Es handelt sich um ein ganz, ganz intensives Beintraining. Es ist nicht zu vergleichen mit einem Training an Land. Wir springen auf Trampolin, wir laufen auf dem Trampolin und wir bewegen uns um das Trampolin herum. Wir schulen gleichzeitig unser Gleichgewicht, unsere Kraftausdauer und die Koordination. Wir können auf dem Gerät verschiedene Akzente setzen für den Oberkörper, für die Beine und haben natürlich unendlich viel Spaß. Also mir hat es sehr gut gefallen. Ich konnte mir noch nicht viel darunter vorstellen, aber das, was wir gemacht haben, war super. Es war sehr anstrengend. Man merkt es unheimlich in den Waden. Man erwartet es nicht, dass es für die Beine so anstrengend ist. Aber es macht auch sehr viel Spaß. Also man muss viel lachen dabei.